Frauen sehen Frauen. Die Kunsthalle Talstraße richtet einen Blick auf das Thema Frau im kunsthistorischen Kontext des 20. Jahrhunderts, jenseits männlicher Klischees und Stereotypen. Einen Blick aus ausschließlich weiblicher Perspektive. In ihrer aktuellen Ausstellung präsentiert sie dazu mehr als 80 Kunstwerke aus Malerei, Grafik, Plastik und Fotografie, allesamt geschaffen von Frauen. 27 Künstlerinnen von Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker oder Gabriele Münter bis hin zu Maria Lasnik und Cornelia Schleime, die exemplarisch verdeutlichen, wie sich Frauen aus ihrer Rolle als Objekt herauslösen und zur Schöpferin werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017